Ein wichtiger Teil von meiner Arbeit ist, immer wieder die Brücke zu schlagen zwischen Arbeitswelt und Kirche. Es empfinden viele als Gegensatz, Kirche und aus modernem Leben. Ich denke, dass es für Kirche wichtig ist, zu hören und zu wissen, wie es Leuten geht in ihrem Alltag und wie es ihnen in der Arbeit geht. Es ist so, dass wir uns als Kirche verstehen, die hingeht zu den Menschen und weniger, dass wir jetzt erwarten, dass Leute zu uns kommen und uns in Anspruch nehmen. Meine erste Aufgabe ist gar nicht das Impulse geben, sondern erstmal zuzuhören und nachzufragen und hinzuhören. Und dann natürlich, indem ich auch bestimmte Fragen stelle, ergeben sich auch manchmal Impulse. In vielen Bereichen hat sich auch einfach die Art der Arbeit verändert. Früher war doch vieles noch eine schwere körperliche Arbeit. Und heute hat sich vieles dahin verschoben, computergesteuerte Maschinen zu bedienen, zu programmieren und entsprechend auch zu beobachten. Es gibt inzwischen viele Arbeitsplätze, die eigentlich nur noch aus dem Kontrollieren eines Bildschirms bestehen, eine höchst anstrengende, herausfordernde Tätigkeit. Interessant ist es auch, wenn ich zum Beispiel durch den Betrieb gehe und ein Betriebsrat mir erkläre, zu welchen Maschinen neu sind. Und oft ist es so, dass das auch damit verbunden ist, dass an dieser Stelle Arbeitsplätze weggefahren sind, aber natürlich andere auch wieder geschaffen wurden. Ich zitiere dann auch ganz gerne immer so aus der Soziallehre den Satz, Sinn und Ziel allen Wirtschaftens ist der Mensch. von uns ist der Mensch. Ein Überlegung von eins und ist der Mensch. Unternehmer. Ein Überlegung von einver recogniziert ist, in Nits. Woher ist ein Riesbundes. Jesus hat einen Riesbundes Reisbundes. Das war in der Riesbundesitz, in Nits. Von uns ist der Nits. Von uns ist die Riesbundes.